Was ist die Gas-Luft-Mischeinheit? Wir bei Küpper Solutions stellen Gasbrenner für die Industrie her und haben im Zuge dessen eine Gas-Luft-Mischeinheit entwickelt, die den Ausstoß von Stickoxiden stark reduziert. Stickoxide sind ein rein thermisches Thema. Das heißt, man muss versuchen, die Temperaturspitzen gerade innerhalb des Brenners zu reduzieren. Unsere Mischeinheit wird im 3D-Druck, genauer gesagt im selektiven Laser-Sinter-Verfahren hergestellt, was uns Geometrien ermöglicht, die im herkömmlichen Produktionsverfahren nicht zu realisieren sind. Wir dosieren über über 300 Düsen ganz genau das Gas, sodass wir eben völlig homogene Gemische erzeugen, die wir auch gezielt beeinflussen können. Zusätzlich ist es uns gelungen, CO2 einzusparen, dadurch, dass wir die Prozesswärme jetzt ausschließlich dem Prozess zuführen und diese nicht mehr am Brennerrohr verloren geht. Wenn wir es schaffen wollen, mit dieser neuen Technologie unserer Mischeinheit den Markt einigermaßen zu erreichen, dann schaffen wir das nur, wenn wir uns potente Kooperationspartner dazu holen. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, diese Gasmischeinheit nicht nur selber zu nutzen in unseren eigenen Brennern, sondern auch an Marktbegleiter zu verkaufen und da als Zulieferer aufzutreten.